Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Bauernkämpfe. Trink ne Code mit mir. Genau. Und... Nein, ich geh schon wieder. Okay, wir gehen einfach auf unsere Plätze zurück. Ist das gut? Was soll das bringen? Was hab ich davon? Ich möchte nur mal gucken, was du hier so tust, okay? Du kannst gerne gucken, was ich tue. Bitte töte mich nicht, weil wir brauchen Chancengleichheit. Chancengleichheit. Dann machen wir eben die Diamanten. Ey, 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 ey. Alter, nein, 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 nein. Nein, nein, lass mich nicht verbrennen. Okay, lass die Items hier drin liegen. Ohne Scheiß. Nein. Das ist alles, was ich habe. Nein. Läuft. Ich hab's gelesen, bevor du's gesagt hast, Alter. Ich glaub, das wird ne kurze Folge. Können gut sein. Das wird ne kurze Folge. Guck mal, was im Chat steht. Ich hab's gelesen, bevor du's gesagt hast, Alter. Eigentlich hätten wir die Folge uns so sparen können, Alter. Awww. Er hat's abgebaut. Wow. Ja gut, dann gehen wir in den Creative-Mode. Gucken wir uns das mal ein bisschen an, ne? Ja, natürlich. Können wir gerne machen. Leute, es ist vorbei. Endlich. Oh, ja. Der Meister des PVPs hat gewonnen. Ja gut, die Map, muss ich jetzt sagen, ist halt wirklich die aller allererste Version. Ja. Aber trotzdem, man kann da sehr viel draus machen. Oh, jetzt hab ich was zerstört. Du solltest am Anfang sagen. Jetzt hab ich hier irgendwas zerstört, deswegen. Ach, wenn man da runterfällt, wird man auch geported. Okay. Auf einen, auf einen. Hui! Oh. Mal gucken, ob die noch da sind, die Sachen. Weißt du wie... Okay, dann wird hier mal aktiviert. Warte, soll ich dir mal erzählen, was ich noch für Sachen übrig hatte? Certain. Äh, neun Diamanten. Äh, fast. Ich bin einfach nur im Sterben. Ich bin einfach nur im Sterben. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Kupfermünzen-Stacks. Okay. Ne, 14. Okay. 35 Gold. Läuft doch bei mir, oder? Lauf. Äh, was wir in diesem Let's Play trotzdem noch beschlossen haben, ist... Wir machen das Ressource-Pack mit Nadine. Nein, machen wir nicht. Du machst das. Ich frag sogar Dena, Alter. Der macht da mit, ohne Scheiß. Heiz auf. Der macht da mit. Wie sagt der das? Scheiß, das mach ich. Der soll mir nur ein, zwei Sätze oder so ansprechen. Das macht der. Ja, schreib den an, genau. Schreib den einfach an. Ich hab mich... auf Facebook befreundet, so ist es nicht. Ja, ist doch geil. Ähm... Gucken wir mal, was da draus wird. Gucken wir mal. Jo. Was leuchtet eigentlich in deiner Hand? Ist das dein Penis? Das ist meine Spitzhacke. Achso. Die verzaubert. Hätte ja sonst was sein können. Ne, das ist der Helm. WTF? Achso, ja, der ist auch protected. Der leuchtet bei uns ein bisschen. Ist das dein Penis? Alter. Also, ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber sie ist wirklich schlicht gehalten. Also man kann wirklich viel, viel mehr draus. Ich würde mal gerne wissen... Wo kommen denn die Diamanten her? Vom Comment Blood wahrscheinlich. Da unten. Oder ist es Spawner? Tatsächlich. Ist das ein Diamant Spawner? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Loll. Seit wann kann man das denn machen? Und seit wann kann man da ein Delay eingeben? Wie wann was spawnen sind? Jetzt kommt der jetzt mal da unten. Ja, hier unten sind jetzt die Schweine Spawner. Okay. Aber dann möchte ich gerne wissen, wie die Kupferdinger aufgemacht werden. Ja, wahrscheinlich genauso. Ja, auch genauso. Ja, tatsächlich. Sind die Kupferbarn Diamanten... Loll, okay. Aber seit wann geht das denn? Das habe ich noch nie... Seit wann geht das denn? Weißt du doch. Also ich benutze jetzt gar nichts hier wo drücken. Ähm... Ich glaube das kann man mit Not Enough Items... Not Enough Items hat glaube ich so eine spezielle Funktion dafür. Sehr geil. Oder World Edit. World Edit kann natürlich auch sein. Also ich tippe mal auf World Edit, weil mit World Edit sind meistens solche Sachen möglich. Damit wäre wahrscheinlich auch die Map entfernt. Ich habe nämlich auch so eine Map noch liegen. Wo ich einfach alles entfernt habe vom Himmel bis zum Bedrock. Also einfach so eine Flat-Learn-Map. Gibt's ja kein Zielfern. In der Mitte... Ne leider nicht. Also ich musste schon alles selber entfernen. Hat irgendwie eine halbe Stunde gerandet oder so. Erstmal 5000 Chunks oder so einfach mal entfernt. Aber gut. Also ich wäre eigentlich dafür, dass man sowas mit Schwertern oder so eher macht. Und mit mehr Personen. Ja, das auf jeden Fall auch. Mit mehr Personen. Ja, wir hätten ja Adrian fragen können. Aber gut. Ich habe jetzt nicht dran gedacht. Ich habe jetzt nicht dran gedacht. Der wäre ja 2 gegen 1 gewesen. Ja, hätten wir noch den Typen da hier... Wie heißt der? Christian mit reingenommen. Okay. Hätten wir ja noch machen können. Ähm, was wir auch noch aufnehmen müssen, was demnächst auch wahrscheinlich hoffentlich mal kommt, weil... H-Hilf mich nicht, Melke. Äh, hoffentlich mal kommt. Weil... Ist das neue Projekt? Sea of Flames. Wax Sea of Flames. Danke für die Karotten. Äh, müssen wir demnächst... Müssen wir demnächst... Müssen wir demnächst mal aufnehmen. Hast du gehört? Ne, ne. Hab ich nicht gehört. Was möchtest du von denen? Wir müssen weg Sea of Flames aufnehmen. Mann. Aber wann machen wir das? Auch Dienstag? Äh, Dienstag... Ihr müsst wissen, Dienstag ist bei uns so ein heiliger Aufnahmetermin. Ähm, da nehmen wir eigentlich immer ETA auf. Und vielleicht können wir da auch Sea of Flames gleich aufnehmen. Aber das werden wir alles sehen. Genau. Wenn Typs nicht mehr so doof ist wie jetzt. Ich mach jetzt hier alles mit ner Feld... Hier, das hätte man auch machen können. Und dann hätte man die Karotten... Ist das alles mit ner Feldhacke? Okay, dann machen wir alles mit TNT. Dann hätte man die Karotten da drauf anbauen können, ohne Kreis. TNT! Warte, ich brauche nur jetzt zum Fucko. Rang, 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 rang. Nein! Erstmal die Kunst... Erstmal die Kunst des, äh... Erbauers... Map, Note. TNT. Z. War das ein Z? Glaube ja. Z. Was? Zombie? Achso. Das kann gut sein. Warum wird eigentlich mein Haus gesprengt? Dein Haus sollte gesprengt werden. Für so schlechte Arbeit. Hey, du hast die Villager befreit. Oh nein! Tötet ihn! Verpiss dich. Du hast mir ne Unglück gebracht. Äh, ne Glück eigentlich. Ja gut, dann sprengen wir auch noch die Brücken. Ähm... Quatsch. Das ist doch jetzt alles. Pindepalde. Nein! Das muss jetzt einfach gemacht werden. Weil... Das ist sonst nicht vollkommen. Wo ist eigentlich die Mitte hin? Ach da. Hab ich kaputt gemacht. Loin. Du hast uns kaputt gemacht, du Zombie. Was ist das da oben? Loin. Ein Kopf. Ein... Ein Kopf. Warte, wir... Wir gestalten jetzt hier wirklich alles mit TNT aus dem Sprink. Alles in die Luft. Komm, hilf mir auf deiner Seite. Ich hab's nicht vorher gesprengt. Oh... Idiot. Hahaha. Boom, bum, 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 bum. Alles tot. Das Haus ist noch nicht richtig. So. So. Drei. Ja, komm, ruhig. Ja, das ist schön. Obsidian doch. Nä, da, da fehlt noch was. Haben wir einen Blick. Da fehlt noch was? So. und der hier so ja wie gesagt schweinerspawner drinnen man kann wenn man die dritte maustaste drückt also im prinzip das mausrad oder wenn du eine dritte maustaste hast kannst du auch die drücken ich weiß und dann kriegt man die weg richtig aber auch bei den diamantspawnern die kann ich nicht anwählen also das ist irgendwie was spezielles ja das ist ja wie mit den comment blogs da gibt es ja auch noch comment gif ich weiß nicht ist das 380 oder so was machst du denn ich wollte schon mit dem nein kann man noch nicht die schweinerspawner kann man nicht aussehen ja man kann glaube ich allgemein keine spawne aussehen schade aber wir stellen noch einen feuerwerkspawner hin und machen eine gerade finale ja ja hab ich ja feuerwerk sich auch gerade sie die hin wir fahren ihn zu sylvester da wurden die rausgepatcht oder so ne die sind immer noch da eigentlich sicher ja weil die feuerwerkstern gibt es ja auch noch und mal creeper magma creeper heu spawn creeper nö gibts nicht ich muss mal ausfahren lassen ich finde die also wenn du jetzt wenn du jetzt zu many items hättest dann könntest du sie finden aber so wird das normal mit sowas schmutzigen gebe ich mich ja nicht an ach schade ich bin nicht blöd obwohl ich manchmal das unterkomme ja also manchmal ist es untertreten so teleportiere ich mich mal hierhin ich wieder hier jetzt bin oben auf der rot blauen plattform hast du noch irgendwelche themen zum ansprechen ich habe nichts mehr zu sagen okay und dann bleibsion was kommen blogs slash kill pips xd ne warte mal add a muss man ja eingeben add a funktioniert nicht schade warte mal hier so ein druck ach hier wird man hin teleportiert und dann wird man runter jetzt aber wirklich gut hier wir machen jetzt echt mal schluss werden die schweine auch geportet eigentlich ich denke nicht werden sie nicht gleich ist recht für schweine die schweine genau und damit gleich ist recht für schweine und gleich ist recht für schweine hast du hier schon alles in die luft gesprengt wenn dann machen wir sowas ordentlich so perfekt ja ist doch wunderschön bis zum nächsten mal leute tschüss auf Wiedersehen tschüss 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 tschüss